Hey Leute, wir kommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen wieder Verstecken in Roblox, wieder abwechselnd. Du darfst die erste übernehmen. Heute machen wir aber nur drei, weil die letzte Woche, die war etwas sehr lange. Also du darfst eine machen, dann ich und dann darfst du noch die letzte machen, okay? Du musst laufen, ne, Kollegin? Ich kann nichts machen. Ach so, du bist der Sucher. Oh, nein. Ah, okay, du musst die Leute suchen, okay. Nein, ich bin nicht der Sucher, ich kann doch laufen, alles gut. Aber ich kann halt nur einen Schlecken. Guck, ich höpfe hier hinten, aber kann nicht lenken. Der Sucher ist doch da drin. Versuch mal hier zu lenken. Kannst du mal aufhören? Hallo? Hör mal auf. Hä? Geht doch, was hast du denn? Hä, aber gerade eben konnte ich mich lenken. Ja, du hast wahrscheinlich schon eine falsche Taste gedrückt oder so. Nein, ich hab hier gedrückt und jetzt hast du noch eine Sekunde. Wegen mir, ich hab dir geholfen, dass du überhaupt da rauskommst. Bisschen mehr Dankbarkeit, ja, hier. Guck, Neuschau geschafft zum ersten Mal. Das zählt, ne? Wirklich, ich bin vorbeigelaufen, das zählt auch nicht. Oh, mein Schraubenschlüssel drauf. Oh mein Gott, ich hab so ein gutes Versteck, Papa. Ich hab's dir nicht beiget. Klappt eine ganze. Oh nee, ich muss ganz... Also, wenn du dein Wetteinsatz Eis hast, bist du sehr gut. Und jetzt? Ich glaub... Wenn du's jetzt nicht schaffst, gibt's keine Eis mehr. Eine Woche nicht, Mann? Drei Wochen, Mann. Drei Wochen? Boah, Mann. Ich glaub, da ist eine unsichtbare Wand, dass man da nicht hin kann. Das kann auch sein, dass du nicht so ganz hoch kommst. In der Zeit, wo du dich versuchst, verzweifelt zu verstecken, könnt ihr natürlich uns gerne unterstützen und könnt unseren Kanal abonnieren. Würden wir uns sehr freuen. Aber da kann man doch lang. Ja, ich hab keine Ahnung, wo du da drauf springen musst. Vielleicht musst du nicht so hoch springen oder sowas. Da ist ein Roblox-Stempel. Cool. Ja, ich darf ja nicht so hoch springen. Soll ich mal versuchen? Du schaffst das nicht. Und schon irgendwann? Auf den Hammer vielleicht? Hä? Ende? Und da hat mich nicht gefunden? Hä? Wenn du... Wenn du gar keine vier Minuten aufgenommen hast, ist das... Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber gut. Oh, nochmal weg, statt. Ich bin nochmal dran. Nee, ich bin dran. Mal shoppen. Vielleicht werde ich auch die Suche. Boah, ich hoffe. Nee. Obwohl wir hier eine ganz hohe Chance dafür haben, ja. Guck mal, jetzt, so klappt das. Ja, bei mir hat's gehungen. Gehungen hat's? Ich hab noch 94 Sekunden. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich da jetzt so einfach hochkomme. Äh, da ich ja bei dir nicht versuchen durfte. Du musst von der anderen Richtung hochkommen, sonst geht's einfacher. So, genau. Du wirst es, glaube ich, nicht schaffen. Guck. Schwer, gell? Sehr, sehr schwer. Oder du musst... Ha! Ha! Was? Ha! Das ist gemalt. Ich bin ja aber einfach auf die Ecke gesprungen, ja. Und... Und... Blut, Alma? Ihh. Nee, das ist Farbe. Oh. Wir werden gleich gesucht. Ja. Die Alma ist einfach runtergesprungen. Oh, ja. Oh, das läuft sogar sehr gut. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne Schnitzel auf die Pommes. Schnitzel und Pommes? Mhm. Mit Rahmsoße, bitte. Genau. Kann man die auch runter schubsen? Ja! Das ist voll lustig. Bleib stehen, bleib stehen. Mach's mal. Nein. Doch, bitte. Okay, doch. Nein! Wieso, ich glittere auf die. Hä? Hä? Bist du die nicht gerade eben geschubst? Kann die unsere Freundin sein? Okay, runter jetzt. Es ist kein Platz mehr. Oh mein Gott, die ist wirklich gleich unten. Das ist ja lustig. Dann nennen wir die Pommes. Okay, dann nennen wir die Pommes. Was ist denn das für eine? Dann nennen wir die... Guck mal, was ist das? Ja, ich weiß. Was ist denn? Der hat keinen Hals. Die... Die hat keinen Hals. Nein, die ist nicht ganz unten. Die kommt wieder hoch. Die war gerade eben da. Hä? Auf dem... Der hat gerade eben da gestanden. Der hat gerade eben da gestanden. Egal. Wenn, dann nimm wenigstens den Punkt hier noch mit. Den Punkt. Bleibt er. Das ist gut, Papa. Der ist... Hä? War der nicht gerade eben hinter mir gewesen? Der wollte mich doch fangen. Nein, der hat einen anderen geguckt. Wir haben uns selber verloren. Da! Da! Da ist er! Ich sehe es, ich sehe es. Ich laufe der Frau ohne Hals hinterher. Die muss selber abhauen. Guten Tag. Sie sind etwas komisch. Wenn du es mal in echt sagen würdest. Guten Tag. Sie sind etwas komisch. Ohne Hals. Das geht doch so nicht. So können die doch gar nichts essen. Da müssen sie doch verrufen. Was trinken. Keine Luft kriegen. Den Kopf verlieren. Ja, stimmt. Der Kopf ist eigentlich nur in der Luft. Ja. Die müssen da immer fliegen. Mein Kopf bleibt. Aber zum Glück sind wir normale Menschen. Sehen wir das? Ja. Das wird zweifelig. Halt nur, wo viel Eis ist. Papa, soll ich's machen? Ich krieg's erstmal hier in eine Woche kein Eis. Übrigens versuche es hinterher. Ich weiß, aber der kommt bestimmt nicht hoch. Wenn du's sagst, dann kommt er hoch. Haha. Und wenn, dann lauf ich ganz schnell runter. Okay. Nein! Ah! Der ist auf mich drauf gesprungen. Wie unfair. Alter! Das hat'n die auf dem Rücken. Oh, 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 oh. Und zack. Okay, gut. Dem fehlt nur noch einer. Die ist hinter der Stufe. Stimmt, ja. Oh mein Gott, voll gar nicht versteckt. Den kann er ja gar nicht finden. Alter, hinter der Stufe einfach. Ich glaub, du wusstest das selber nicht mehr. Hier ist noch der und der. Sind noch die beiden? Ja, ja, es sind noch zwei. Guck, nur noch einer hat überlebt. Oh mein Gott! Heftig. Okay, die letzte Runde darfst du übernehmen. Und nach der Runde bist du dann fertig. Und denk dran, ab nächster Woche wird dann jeden Tag ein Roblox-Video kommen. Bis zum 13.08. Genau, das ist ein Freitag. Oh ja, man geht's. Da werden wir die 7 Stunden bezwingen. Als eine kleine Wiedergutmachung... Du willst die Daumen tun, dass ich nicht reinkomme? Doch, du kommst jetzt dran. Weil du mich nicht ausreden lässt. Nee, das ist gemein. Als kleine Wiedergutmachung, da wir ja umziehen und da so wenig Videos im Moment kommen. Der hat nur ein kleines dickes Bein gehabt. Das andere war einfach... Hä, wir sind im Vogelhäuschen. Ja, ich weiß, das kennt ihr noch nicht, gell? Nee, das kann ich nicht. Ja, ich weiß, das ist... Einfach so mal ganz tricky oben drüber. Oh mein Gott. Was ist das, ein Herzlatter? Ich bin so schlau. Ah, ein Grill. Ja, cool. Ich bin so schlau gewesen, gell? Ich hab jetzt schon ein bisschen Versteck. Da ist die Gasflasche? Okay. Aber ich hab ein Versteck, wo er sehr, sehr gut ist. Und das ist da hinten. Das dauert viel zu lang im Laufen. Und das ist auch mitgekommen. Da vorne sind wieder Münzen. Ja, ich weiß. Ja, das wird der andere sammeln. Und das wird die da oben lang. Das ist sogar eine hunde Hütte. Ist da. Ja. Und direkt erstmal ne Schiehe hinter. Und das geht auch. Ach, das... Ah, das hast du gemeint mit Bäumen klettern? Mhm. Okay. Ja, ja. Ja, cool. Und ich hab mich schon mal hier drin versteckt. Ich bin manchmal rausgekommen. Hahaha. Ist ja cool. Aber ich glaube, das sollte ich nicht machen. Das wäre gefährlich. Ich glaube, ich blöcke hier in der Ecke. Ist jetzt nicht besonders gut, aber ist auch ein gutes... Nein, 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 das sieht mich doch. Dann musste ich hier hin. Das du auf die Baumspitze kommst? Ne, gell? Schafft mir, glaube ich, nicht mit dem Springen, gell? Schafft man nicht. Ich muss so die Taktik aus. Das ist der... Ist das die Granny? Nein, 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 nein. Da ist ein Ding. Da kommt man dann hoch, springt und dann da hoch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier irgendwo... Ja gut. Ja, da springt man hoch. Oh, ich sehe es ja bei der anderen... Äh, die ist ja bei der oben. Oh, der Schlauch fällt immer so hinten dran hinterher. Das könnte man auch machen, dass man immer hinten dran hinterher lag. Aber... Ich will da ganz... Aber den suchen dann? Ich will tricksen. Ich will tricksen. Nein, hier geht es nicht mehr. Ich wollte ganz oben auf der Spitze da... Ich wollte es versuchen, Papa. Ich wollte es versuchen. Deswegen glaube ich nichts. Ich muss springen, wenn ich unten auf den Boden bin. Naja, egal. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist hinter mir? Nö, noch nicht. Weil ich glaube, falls nämlich doch wirklich schaffen soll es da hoch, dann würdest du ja aus dem Spiel rausfliegen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich glaube, da ist eine unsichtbare Mauer noch. Hm. Das wird nicht gehen. Aber schöner Garten, gell? Doch, da kommt man hin, weil da der Baum rausguckt. Na. Warte mal. Kann man vom... Oh. Wo willst du hin? Wo denn? Hm? Ich würde nur sagen, ob man da hin... Ne, da kommst du nicht. Oh nein, 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 nein. Die versteckt sich einfach. Wo? Alter, man kann da hinten, glaube ich, schreien im Boden. Nein, die klemmt. Die kommt nicht mal raus. Oh nein, die Arme. Alles gut, ich verstecke mich auf dich. Toll. Und dann werden die beide auf einmal gefangen. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, nicht gut. Also, tschüss, ich muss leider weg. Ja. Ich habe noch ganz wichtigen Termin. Ja, ich muss zum Zahler. Tschau doch. Ach, da ist doch super. Das macht nichts. Fertig. 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 So, Leute. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge auch gefallen. Und gerne ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ein Like. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und dann seht ihr uns nächste Woche jeden Tag. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Hallo. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020